Wie wichtig ist das Impfgespräch vor der Impfung? Natürlich, Eigenverantwortung spielt in der Medizin immer eine sehr, sehr große Rolle. Ich muss meine Krankheitssituation auch selber managen. Ich darf nicht alles dem Arzt überlassen. Aber eines muss man natürlich schon auch sehen, ein bisschen hängt alles ab vom Impfangebot. Dann gibt es viel AstraZeneca, dann gibt es weniger von dem Impfstoff. Also, das muss man auch schon noch berücksichtigen. Aber grundsätzlich in diesem Impfgespräch wird die persönliche Krankheitssituation natürlich auch diskutiert. Und es ist auch so, dass wir Menschen wegschicken, wenn ein bestimmter Impfstoff heute angeboten wird. Das sagt, für dich, glaube ich, wäre besser, diesen oder jenen Impfstoff zu erhalten. Das sagt, für dich, glaube ich. Untertitelung des ZDF, 2020